willkommen zu part 22 jetzt gehen wir noch mal ins haus weil uns fehlt ja immer noch die blaue zugangskarte und die werden wir auch hier im haus finden wir werden hier noch mal den habe ich vollkommen übersehen haben wir auch noch mehr auf jeden fall nur zum vorteil gereicht sagen also hier haben wir jetzt die rote gefunden indem wir darunter waren jetzt werden wir mal da unten ist noch was bist du mal beiseite muttchen hallo ich will da muttchen auch kommen wir mal gebraucht gut wir haben uns ja umgesehen denn wir waren ja noch im anderen zimmer da war ja noch was was man noch nicht wenn wir uns jetzt hier noch mal genau mussten wir auch ein bisschen schlau lesen da bauen wir uns hier erstmal um hier soll ja noch ein bisschen was versteckt sein wie gesagt ich musste mich ein bisschen schlau lesen weil hier war nämlich noch irgendetwas was wir wirklich gefunden haben naja dann machen wir hier mal so wo kommt da denn der ok wenn wir uns hier erst mal umsehen was haben wir hier dann nimmt eine trappe spielzeugaxt kann man nicht damit irgendwas machen und dann mitnehmen die wir genauso vielleicht brauchen wir das naja nochmal und dann haben wir noch mal ultra hellmittel nein so ist verkehrt ach hier schon wieder gemein okay das haben wir auf jeden fall schon mal das war hier jetzt haben wir auf jeden fall hat die börse gucken wir uns im wohnwagen auch mal an und wir sonst noch irgendwas meine frau sagt ich sag auch alles gut dann können wir hier wieder runter jetzt haben wir schon mal die blaue musik karte und dann werden bestimmt auch weiter kommen telefon was hast du gerade gesagt die beiden zugangskarten sind das ticket zur party was der zügig kranke sich wohl unter party vorstellt mich hier nicht auf den zinkel so wenn wir erstmal hier zwei sachen wegpacken was wir definitiv erstmal nicht brauchen das weg das weg jetzt wollten wir uns noch die das video angucken und was dabei rauskommt bevor ich das weg pack der sieht echt es wird ein spaß was wird ein spaß i mit hier dann nicht noch was haben wir hier ich glaube das ist gar was da rauskommt ich laufe in meiner kerze rum was soll das denn wieso macht ihr meine katze aus ich will wirklich gerne lebendig aus dem raum kommen und keine grässlichen schmerzvollen tot sterben ich weiß mit dir grüßt mir provisorisch nimm meine kerze zünde sie an und stecke sie in die tot und denk dran zu lächeln dieser party ist für dich wie soll ich die kerze dann anzunehmen wie soll ich die kerze denn anzunehmen was soll ich die kerze denn hier wieder anzunehmen ich will nichts nutzen wie soll ich die kerze denn jetzt anzunehmen aber das problem ist ich muss das fern was nicht das nicht habe ich hier dann irgendwo was übersehen wenn ich nämlich da durch geht dann wird die kerze nass jetzt gehe ich hier durch und dann wird die kerze aus also muss ich mal gucken also muss es hier doch irgendwo was kann ich den Aufziehschlüssel hier verwenden ach ich weiß wo da rein in die mittel jetzt muss ich da noch leute ich muss aber irgendwie das wasser da auskriegen ich muss einfach mal sehen Oh, oh, was denn hier los? Oh, 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 oh. Okay, muss ich jetzt hier den Ballon aufpacken. Wie? Jetzt habe ich den von Federhalter. Okay, dann muss er den bestimmt haben. Ich kann mich richtig halten. Okay. 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 Ich kann ihn nicht richtig halten. Dann muss ich dann noch Müffeln. Okay. 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 Oh, ja. was habe ich hier diesen Raum leer hier ja, bloß wo kriege ich jetzt das Passwort hin ohne das Passwort wirst du es kaum mehr dann zäme ich nun zusammen, wenn ich einzuschlafen Vielen Dank. Vielen Dank. Bis dann.